Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Ark Aberration Ascended. Schön, dass ihr wieder mit da seid. Wir hatten ja einen sehr erfolgreichen Tag gestern. Mega gut. 23 Fleisches kann ich auch noch mal in irgendeinen meiner Kackenoss verteilen. Du schließe, die fressen mir wirklich die Haare vom Kopf. Ich geb dir mal ein bisschen weh darüber und meine Cloud funktioniert immerhin so schlecht, wenn nix im Inventar ist, so, so, so. Raw. Neat. Au, der Paracet hat ja noch. Ach gut, klar. Ah, Donut. 300 für dich. Haha. Gut, das macht's einfacher. Ah, jetzt geht das hier auch. Raw. Meat. Meat. 300. Pull Donut. Ach gut, guten Hunger. Wir spielen heute ein weiteres Mal das Spino-Spiel. Dann haben wir ein Pärchen, die sind zwar nicht so wirklich High-Level. Ich würde eher sagen, so ab in Midrange sind sie und ich laufe schon wieder dreimal ums Haus rum. Naja, cool. Aber wir haben dann ein Pärchen. Das heißt, wir haben den Geschlechter-Bonus. Ich habe zwei gehämpfen können. Ich glaube, damit kann man ganz klar sagen, ist das Biom dann quasi unseres. Und das ist so. Da brauche ich vor nichts mehr wirklich Angst zu haben. So. Die auch wieder mit zurück. 40 Pfeile, das wird schon. Fleisch bzw. Nahrung kümmern wir uns drum, wenn wir ihn haben. Wir hatten ja jetzt hier einen 85er, glaube ich, das letzte Mal noch. Mit dem waren wir fast kuscheln. Den hätte ich gerne. Oh. 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 So. So. Oh. Das sind Sporlechen. Da, durch das Loch zu kriegen. Aber ich probiere es. Was ist er denn? Da. Oh. Oh. Ich bin so langsam. Ernsthaft. Okay, das Fleisch. So, hast du den nicht verdient? Komm. Komm, komm, komm. Sei guter. Ja! Ja, genau so. Wir verstehen uns. Ach, nein. Du bist so nah. Hat das jetzt echt geklappt? Auf Anni? Oh, doch nicht. Hat's nicht. Hallo. Ja, kommst du? Passt du nicht? Na doch, doch. Du musst es nur wollen, ne? Hopp. War ein nettes Gespräch mit dir. Danke dafür. So, dann machen wir einmal das Klassische. Ich beobachte dich, wenn ich auf dich schieße. Und dann besorgen wir uns ein bisschen Filet, ob gut es... Ja, wo willst du denn hin? Mann, 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 Mann. Du doch nicht so, als wenn es dir bei uns schlecht gehen würde. Mit Pech hält meine Armbus das gar nicht aus. Ja. Das sieht aber aus, als wenn das gut klappen müsste hier. Hervorragend sieht das aus. Das machen wir aber einmal ein wenig anders. Das. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und genau das ist so der Punkt Also du bleibst erstmal liegen, ich bin erstmal angepisst Das ist der Punkt, warum unten drin immer Scheiße ist in diesem Spiel Da ist ein Bär von oben runter geploppt, hat mir mal ein Lüstrot zerfleischt Und erst danach wurde er vernichtet von meinen Leuten hier Alter Diese Drecksau Die Leiche wurde aber anscheinend schon mal direkt weiterverarbeitet, das ist gut Aber, ah Ich das hasse So, du bleibst da jetzt liegen, ich hole dir was zu essen Mann, 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 Mann Da lohnt es, also spätestens für den hat sie gehen, lohnt es sich jetzt nochmal im Friedhof sowas anzufangen Mein Lüstrot habe ich nämlich doch schon sehr gemocht So, wo kriege ich denn jetzt Äh Raw Prime oder Matten Ja, nicht von euch Piranhas, das ist klar, ne Haben wir hier Baby-Parads her? Würde es mir vereinfachen Marsh-Ups Wolf-Dog Würde ich mir wieder ein bisschen Schitin holen Das ist nicht so super viel, aber besser als nix So Prime-Meat, Prime-Meat Ah ja, du gehst ja auch Armer Sünde, armes Schaf 58 Matten Das ist da Ansage Oh Oh, Piranhas, toll Lass mich doch einfach in Ruhe Der Moment für einen Kühlschrank Ich wünsche dir jetzt, dass so früher, da hatte ich mir das so eingestellt, dass ich Raw Matten zumindest ein bisschen stapeln konnte Oh Raw Matten 58 Ich lass es nicht Meat Erstmal fürs 10 nimmst du bitte den Raw Matten Für 170% Jo Jo Schön Also grundsätzlich würde ich sagen, das Jo, haben wir durchgespielt Wenn ich jetzt mit den beiden unterwegs bin Hier passiert mir so schnell nix mehr Geil Nein 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 Wieso Scheiße Ich hab nur noch 18 Pfeile Das darf doch nicht wahr sein Ja Ja Das ist das Was ist это Oder Was ist das Den muss ich nochmal beträumen. Ich hätte gerne die 100% Zähne-Effizienz. Toll. Toll. Verdammte Axt. So, gut. Brauche ich aber noch mehr 10 Pfeile. Das ist zum Kott. So, dann gib mir mal bitte... Wie heißt das Tool? Omni? Gib mir mal eins. Ich habe kein Stroh. Wow. Das ist eine Ansage. Ich glaube, das ist beim Pfeil-Craften draufgegangen. Ich will die 100%. Du dreckiger Baum. Was schläfst du einfach im Stein? Oh, danke. Oh. Omni. Ich will mal kurz die Paratel freiräumen. Und rotze ich jetzt einfach den Spino voll. Achso. Ja, ja, ja. Basic Transfer. So. Bitteschön. Oh, Target full. Passt schon. Oh. Wie sieht mir alle hinterher rennen. Cool. Das Gute ist jetzt am Spino, wenn ich den jetzt nochmal neu betäube. Der Hunger bleibt, ja. 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 Braucht ihr irgendwas besonderes? Ork? Du? Was willst du? Hä? Bleib mal stehen hier. Mann. Ork. Okay. Ich glaube, es ist mir trotzdem, es ist mir glaube ich nicht möglich, die jetzt hier voll zu machen, aber naja, wenn sie schon fragen. Ich hab sie ja lieb. Oh. Gut. Das heißt aber, der zweite Spino ist ein größeres Projekt als erwartet. Ich mach mir noch mein Betäubungsgedöns und dann wollen wir auch gleich neue Pfeile machen. Toll. Oh, das reicht so. 100 Stück. Nice. Wir haben heute noch das Spino-Dream-Team. Das ist so. Das wird passieren. Error. Mehr kann ich nicht. Was fehlt? Lindt und Setsch. Gut. Lindt. Ist kein Problem. Setsch. Nehmen. 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 Weil ich dafür jetzt noch Bäume brauche. Oh, ich kriege kein bisschen Metall nebenbei noch, ne? Oh, schön, schön, schön. Lindt, würde ich mal sagen, reicht, da vorne ist ein Baum. Gucken wir uns da, Setsch her. Wieder eine Folge mit Höhen und Tiefen. Oh, der Lystro. Der Bär. Ah. Dieser hässliche Raptor. Was ist da denn? Hast du verdient, du Sau. Oh. Noch ein Baum und direkte Reichweite? Ja, ich sehe einen. Ich muss jetzt nochmal aufpassen, dass ich jetzt nicht in dieses Kühling-Feuer reingerate. Da fühle ich mich als Fußgänger nämlich nicht sehr wohl mit. Oh. Komm. Ah, danke. Ausdauer, ja, ja, hab's gecheckt. Boah, sag ich, müsste ich mir vielleicht auch selber mal wieder Essen besorgen, aber... ...den Paracel wird ja... ...ah, du Sau, ne? ...gehörst genau zu demselben Trupp, der mir alles versaut hat, bestimmt. Schön, dass ihr alle tot wart. Okay, das ist nur Deko. Oh, das Bino wacht da ja auf. Schön. Zack, zack, zack. Zack, zack. Rafting. Arrow. Zack, zack, zack. Boah, 33, das ist doch schon mal ne Ansage. Die Pfeile auch wieder mit. Leveln mich einmal. Uh, vier Stück schon wieder. Uiuiui. Ich geh einfach mal auf Live. Und danach geh ich wieder... ...danach geh ich auf Gewicht. Oh. Schön. Oh, Kettensäge, sehr schön. Tabjara, Metallrüstung, Ziplein, Motor... Oh. Ja. Ja, das sind ein paar Sachen, die ich schon mal sehr interessant finde. Die müssen wir uns dann später mal angucken. Rafting. Arrow. So, das reicht. Oh, mein Raptor. Kommst du Fuß? Komm, komm. Nein, guter. Du hast auch noch ganz viel Raum hatten. Wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, nicht so kompliziert. Den dann gleich nochmal zu holen. Wenn er im Käfig bleibt, haben wir gewonnen. Wäre nicht dumm gelaufen. Ah, ich könnte ihn doch mit Stim-Beeren füttern. Fällt mir gerade ein, ne? Moment mal. Warum mache ich es denn mit der Geduld so hart? Gib mir mal ein paar Stim-Beeren. Äh. Laut. Stim. Berries. Oh, komm. Gut, jetzt klar, ich wache da eh gleich auch. Deswegen, das ist so egal. Aber wozu hat man sie denn? Oh. Möchtest du ein paar Stim-Beeren? Cool, ne? Das hat ja nicht so viel gebracht. Oh, jo. Aufwachen. Räumchen. Danke. Oh, das könnte vom Laufher schwieriger werden. Ha! Hier geht das Spiel. Achtung bist mein七일. Ist das Ham? Oh Gott. Hier geht das Sie. Das war's. Das war's. Das war's. Das war mal ne knappe Kiste. Das Gute ist, er wird instant gezämt sein, weil er Hunger hat. Komm her. Oh, komm her, komm her, komm her. Sehr schön. Friss. Danke. Uiuiuiui. Ich glaub einen, ich glaub einen Pfeil hätte ich jetzt noch ganz knapp machen können, wenn ich ihn kurz hochrein lässt. Das ist so, uiuiuiuiuiui. Aber so haben wir mal eine 100% Seh-Effizienz. Sehr schön. Geil, geil, geil. Auch wenn das Projekt definitiv etwas unangenehmer war, als ihr hofft. Uh. Mitkommen. Aha. Sag ich's nicht, wenn du hier in meinem Garten willst, ja? Wunderschön. Oh. Wunderschön. Auf jeden Fall erstmal den Spin oder wie der leer macht. Ja. Target full. Ja, mach mal. Oh, damit seid ihr dann leer, ne? Irgendwann hab ich auch Ordnung. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt müsste ich doch... ...gefühlt... ...einfach nur eine Vernichtungswaffe sein mit den beiden. Mitkommen, mitkommen. Wo ist der andere? Och, hier mit eurem Wendekreis, ne? Ah, wegen dem Stego da hinten. ...ob der noch überhaupt ankommt, ja? 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 Nee? Ah. Gut. Da hat das ein paar Problemen. Oh, Leute, gehen wir halt hier lang. Bitte, danke. Oh, ihr habt das Herzchen. Oh, ho, ho. Ja. Wir gehen jetzt mal auf Tour und probieren das einfach aus. Oh, das ist alles mir nur nachgespawnt. Oh. Der wird ziehen. Oh, jo. Ja, nicht so da am Wasserfall nicht, dass einer von euch runterfällt. Da, guck mal doch. Da vorn haben wir doch. Na? Oh, viel Spaß, Leute. Oh. Ah, doch, es klappt. Ja, ich beteilige mich auch mal, ne? Jawoll. Oh, meine Dödi. Wir versuchen, die Dödi in Ruhe zu lassen. Danke. Oh. Bären. Naja, gut. Leute, habt ihr gut gemacht, ne? Hat irgendjemand von den Kindern zurückgelassen? Was bist du? Ovis, ne? Ja, scharf. Das ist okay. Okay. Oh, nein. Ovis, ne? Oh. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, nein. Oh. 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 Oh, na. Kann es sein, dass die gefühlt für mich ein Problem darstellen? Ich gebe dem jetzt noch mal eine Chance. Okay, das ist nicht witzig mit denen. Leute, wir gehen. Lasst die mal in Ruhe, bitte. Ist ja schrecklich. Wie geht es durch? Hut hat schon ordentlich gelitten, ne? Okay. 5K live voll. Hier auch. Damage schon mal auf 400 hoch. Ja, das wird schon. Oh, wechsle ich es für das Biom. Ah. Macht ihr gut, Leute. Megalosaurus? Tatsache. Ach, ich hatte im Übrigen als Info bekommen von Darkwolf, dass diese, die Feuerviecher, die mit diesem DLC, was ich irgendwie ein bisschen verfugt habe, bekommen sind, das hätte ich per Mod einfach wieder rauslöschen können. 140er Ravager, der hat wehgetan. Da bin ich am überlegen, das tatsächlich mal mitzumachen, weil mich einfach, hatte ich ja glaube ich erwähnt, dieses DLC mit diesen Fantastic Thames da. Das Konzept und Prinzip, was dahinter irgendwie kommt, das finde ich überhaupt nicht geil. Blaue Kristalle? Jo, nehmen wir mit. Ja, Freezing? Ja, was da los? Sterbe ich jetzt? Freezing Spores. Okay. Ich gehe dann mal weg. Wenn ich sterbe, möchte ich es zumindest irgendwo machen, wo ich gut hier hinkomme. Boah, 90 Sekunden? Das wäre wieder was für die Pilze wahrscheinlich, auch für die braunen, oder? Ja. Ich werde das nicht überleben. Naja, komm, lass uns jetzt versuchen, nach oben zu kommen. Ich versuche uns an den Link, vielleicht nochmal auf verteidigt euch zu pfeifen. So, danke. Das ist okay. Ich bin vor der Haustür. Diese App ist sehr... Speziell, will ich mal sagen. Man muss ja hier echt aufpassen. Einfach alles bringt einen um. Nicht nur die Tierwelt, sondern auch irgendwie die Ressourcen bringen einen um. Was ist das denn? Streichel? Komfortfut... Ja, leck mich. Kadel, bitteschön. Da, 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 da. Alter. Auf was? Für die Scheiße. Ich muss mal gucken, vielleicht geht das auch mit den braunen Pilzen. Vielleicht sind sie im Allgemeinen gut gegen Sporen. Ich muss mal gucken, Ja, das habe ich schon vergessen, dass ich dich auch dabei hatte. Leute, wir gehen jetzt nach Hause. Die Map hat keinen Bock auf... Ach, ich war noch halbwegs überladen mit dem Raptor. Okay, jetzt wäre es vielleicht nur nach Hause geschafft, wenn ich nicht überladen wäre. Naja, egal. Ich stand unter Pilzsporeneinfluss. Da kann man nichts machen. Eigentlich machen wir mal eine Fotostunde mit dem neuen. Oder mit dem Team? Ja, müssen wir mal gucken. Also die hier links sind ein bisschen widerlich, ne? Ich glaube, die müssen mit einem Gewehr schießen oder so. Egal. Schon wieder ordentlich... Fortschritte, würde ich mal sagen. Ah, falsche Taste. Ruhe, das war kurz auch auf mir zu folgen. Aber wir haben auch unser Dream Team. Der vier Level. Oh, du hast aber auch ordentlich gelitten. Jetzt kriege ich auch wieder Pfeile ran. Also zuerst den. Mini-Damage 400. Komm, machen wir nochmal 500 Gewicht. Im Prinzip-Ding. Mini-Damage. Dann kriegen wir es schon noch hoch genug. Oh. Gute Schuhe. Oh, schon wieder Level ab. Ich hatte das... Ich hatte schon wieder eins. Äh. Oh. Ich weiß, weißt du, auch noch mal 400 live in dem Dreh. So, jetzt gucken wir nochmal genauer. Was habe ich denn jetzt hier? Megalosaurus-Hattel. Schön, haben wir doch gerade darüber gesprochen, über den Megalosaurus. Naja. Pistole-Pump-Action. Wind-Oh, Wind-Mail. What a reservoir. 71 war Spino, glaube ich, ne? Ja, das ist er. Ja. Zumindest bin ich jetzt etwas entspannter, bei dem ich rumlaufe. Die hier links, die gehen mir ein bisschen auf die Nüsse. Weil sie dauerhaft am Ausweichen sind, durch die Gegend fliegen. Ja, da muss ich mal gucken. Da hilft wahrscheinlich sowas wie Fernkampf. Aber so richtig, äh, Gewehr und so habe ich ja alles noch nicht. Ja gut, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ursprünglich war auch der Plan, dass ich mal mit einer Clip-Plattform anfange und auch schon Siliziumperlen sammle. Hat erfolgreich nicht geklappt bis jetzt. Ich bin auch furchtbar stolz auf mich, wie immer. Genauso wie die Ordnung genauso aussieht, wie immer. Schrecklich. Oh, das ist ja kein Problem. Was brauche ich eigentlich für die Clip-Plattform? Eine Werkbank zum Beispiel. Oh. Gar nicht. Ich war gar nicht an dem dran. 1200 Stone, das kleinste Problem. 800 Holz sehe ich kritisch. Zementpaste. 145 haben wir. 250, ja gut, dann stoße ich doch noch mal eine Runde davon an. Gibt es gleich wieder ein paar IP. Wow, 16. Wer der Steiner nötig Kuros regelt. Geil. Wir gucken mal, wie wir jetzt beim nächsten Mal verbleiben. diese Geilings sehe ich momentan tatsächlich noch ein Problem haben. Die machen jetzt nicht so super viel Schaden an uns, aber wenn ich sie nicht totkriege, sind wir auch trotzdem irgendwann mal tot. Auch viel kleiner Schaden ist unangenehm. Haben wir noch ein Level bekommen? Cool. So. 58. Was gibt es da schönes? Ja, so eine Salt Rifle zum Beispiel. Das sehe ich für so einen Gealing Goo Gun. Wat? Use as Harvest in Carcasses to create corrosive or bouncy balls of goo. Can only craft it in Fabricator. Teuer ist es nicht. Hölle. Massenproduktion. Wir haben immer noch keine Metallquelle aufgetan. Das ist eigentlich das größte Problem, richtig? Ich glaube, das ist sogar ein richtig, richtig, richtig großes Problem. Kann ich einen Feeding-Trope bauen hier? Muss ich den noch leeren? Ein Metall-Feed. Naja, viel und wie alles für. Können wir die Sachen zusammenpacken? Egal. Wir lassen uns so stehen. Ich sage einmal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.